grüße euch paraguay live wie immer zeige ich euch die baufortschritte auf unsere baustelle hier das kennt ihr schon super sachen hier mit der baustelle sind wir schon sehr fortgeschritten und werden wir das haus fertigstellen und dann draußen mit swimming pool und grillbereich die bauarbeiten fortsetzen also bleibt dran so hier die mauer da wollte ich etwas details sehen von außen die sichtschutzmauer mit naturstein die taus hier mit dachkine wird auch schwarz Wir haben hier noch den Grillbereich, weil es später noch zu Ende gemacht wird. Hier der Boden, draußen mit Einbauküche, sehr gute Lösung und mit dem schwarzen Marmor. So, da sind wir noch am Arbeiten. Die Waschmaschine Trockner, sehr gut gelöst mit der Marmorplatte und der Beleuchtung. So sieht das von außen auch die Terrasse. Und hier die Einbauküche von außen. Sehr gute Lösung. Die Klimaanlage ist schon installiert. Hier wird es noch Hauswirtschaftsraum sein, auch mit sehr schönen Fliesen. Hier kann man noch einen Blick reinwerfen. Da kann man die Fliesen genau erkennen. Keramikusen, Standardtüre. Hier der Wasserboiler. So, da kann man noch die Schornsteinabdeckung genau sehen. Ich bin einfach in der Arbeitskleidung noch etwas gekältet. Aber, falls ihr so ein Haus mit allem drumherum haben möchtet, in sehr guter Qualität zum super Preis-Leistungsverhältnis, einfach mal anrufen. Wir sind ständig für euch da und für eure Wünsche. Also, bleibt dran. Teilt das Video. Vielleicht eure Bekannten möchten genau das gleiche. Oder andere Immobilienwünsche verwirklichen. Die stehen ihnen stets zur Verfügung. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.